hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fortnight shop und ich zeige heute was neues in den shop hinein kommt der shop ist auch in zwei sekunden da mal sehen mit was uns apple heute überrascht okay die sind noch dabei crypto kommando farbenwirbel bomber paket okay das ist merkwürdig war ja heute das neue paket von league of legends einkommen sollte ich starte einfach mal das fortnight neu mal gucken ob es dann angezeigt wird also bis gleich bleibt dran so da haben wir schon das da geht doch also aufgepasst so nachdem ich jetzt neu gestaltet habe ist das paket auch da passt auf wir haben also doch was neues und zwar kein jinks guck mal rein wir haben auch den skin backlink hier so ein äffchen dann haben wir hier peng peng zermalmer und musik dazu spielplatz okay dann haben wir noch ein ladebildschirm dabei und sogar noch ein ladebildschirm und hier haben wir noch ein spray motiv perfekt alles für 1800 hui bugs hier dann noch mal alles einzeln zu haben okay dann geht es mal weiter dann haben wir hier das farben bomber paket das ist nach 30 tagen zurück hat hier zwei stile gehen wir mal drauf ja wohl einmal standard einmal extrem aura haze und unglückselige haze und da gibt es dann diese flügelchen zu die sich dann auch anpassen dann haben wir die stern wucht auch die passt sich an dann haben wir grimo zurück nach 39 tagen hat ja auch zwei stile und hier dann noch den holoschädel als weg bringen ist nach 39 tagen zurück dazu gibt es dann hier die hacke der verdammnis dann haben wir die täglich vorgestellten einmal krypto auch nach 31 tagen zurück der hat hier noch diesen feuerstil in orange da passt ihr auch das backbling an nach 31 tagen zurück dann haben wir hier extra terrestrial nach 36 tagen zurück dann haben wir kommando nach 38 tagen zurück hier ganz normaler stil dann haben wir geschmeidige moves nach monat zurück saxophonisch nach 31 tagen und jetzt bitte lachen nach 36 tagen zurück ja und dann gibt es hier immer noch diese diese skins die pakete und das war schon mit dem shop für heute mahalo bis zum nächsten mal tschau eure sam